Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rette die Welt In der letzten Folge Da habe ich doch die Folgen an Zerstört Ich habe dafür nichts gefickt Ich habe dafür nichts gefickt wird oma 2 um und Da ist es Um uns zwei Orte zu finden Oh, das ist wie Baustellen Das wäre ja auch mehr als ein Oh, ja 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 Landeplatz gesichtet Cooler Fund Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen Es wäre wohl besser Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten Wie ist er jetzt mit dem Hecht? Ah... Na ja Sooo, der Mordensportaltoe Ich muss mal eine Baustelle entdecken Das ist ja oben eine Baustelle Das ist ja eine Baustelle Die Baustelle hat auch schon eine Baustelle Um geht da schon weiter Oh nein Pflishasten Um 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 Ich bin Einde 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 Nisch. Da mal los! Ha! Na oben! Das ist noch mal schön, oder? Genau. Das ist ein scheiß Frau da. Das ist ein scheiß Frau. Ja, das ist ein scheiß Frau. Oh, gut. Aufstehen. Ist das keine Barsche? Ist das alles aufgeteckt? Oder? Dann gehen wir hier hin Okay, das war eine Barsche... Fein! Ich hasse einen Monster! So, diese Daumen So, wir möchten mal langsam bauen Sooo, wo war's denn? Scheißlein mit Platz Sooo, wo war's denn? Nothing Ich kann mir das an... Ich fahre an dir! So Möchten wir auch freuen, wenn die Kunde kommen Möchten Ich bin an mir, Kalendeeer. so So, 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 so. Das war's. Oh munition Sooo the moment they toppled Ich habe den Fidel. Ich habe den Fidel. So, gefällt mir das. Oma, 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 oma. 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 Oma. Oma, oma. Oma, oma. Oma, oma. Oma, oma. Keiner! Du bist kein Eier! Komm, eine Datei! Datei erfolgreich abgerufen! Die Daten sehen gut aus! Ich bin mein Eier! Du bist kein Eier! Du bist kein Eier! Ich war kein Eier! Warte, der Mann! Drachen, Schlag! Die Daten sehen gut aus! Halte das! Ah! Noch eine Datei! Die Daten sehen gut aus! Dann haben wir hier gut aus! Gut aus! Ich war an mir! So, an Nummer... Massenkontrolle! Ich wünschte, ich könnte... Schuriken für alle! Du bist ein Bär! Du bist ein Bär! Ich war ein Bär! Du bist ein Bär! Ach, schau, was lohnt sich für mich! Drachenschlag! Passt auf eure Augen auf! Kann ich nicht machen! Die Daten sehen gut aus! Passt auf! Ich bin ein Bär! Ich bin ein Bär! Ich bin ein Bär! Ich bin ein Bär! Du bist kein Bär! Ich bin ein Bär! Ich war ein Bär! Ich bin ein Bär! Sie sehen gut aus. Plattenschlag. Dein Ernst? Gebt auf, Federlinge! Noch eine Datei! Ja, da! Ich bin ein Bär. Ich wünschte ich könnte sooo das war's. Sooo und damit fachschiede ich mich. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Mit den Daten die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Däumchen da lassen freu ich mich und das mit dem Speckkissen immer noch abgeholt. Ja, dass der Speck öklig hat. Da können sie sich mal drüber bleiben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bye bye.